Ich krabbel mal wieder raus. Okay, die Bombe muss auf der Seite entschärft werden. Machen wir. Da lag eine tote Frau. Ich weiß, das habe ich gerade auch gesehen. Nicht, dass die euch wundert. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Keine Sorge. Wieso kommen wir da nicht durch? Wahrscheinlich kaputt schlagen. Da will ich erstmal gucken, was hier noch so ist. Bevor ich hier so einen Radau mache. Okay. Okay. Okay, den kann man nicht noch mal kaputt machen, irgendwie. Da ist nix drin. Oh, Kartenfragment 2? Okay, ich hab nicht gewusst, dass wir überhaupt schon mal eins gesehen haben. Wir sind wahrscheinlich dran vorbeigelaufen. Nicht eingesammelt. Auf jeden Fall typisch für mich. Der steht schon mal nicht wieder auf, okay. Das Problem ist, wir haben nur noch ein Streichholz, ne? Ich schau mal schnell. Ein Einziges. Das würde ich echt gerne aufbewahren. Für die eine Stelle gleich, wo die zwei Typen auf dem Boden liegen. Vielleicht können wir die vorher mit einem Streichholz kaputt machen. Und ersparen uns damit vielleicht ein bisschen Ärger. Fuck. Alter. Nein, ich hab zugehauen. Ich hab zugehauen. Versprochen, ich hab zugehauen. Oh, nein. Nicht schon wieder. Shit, man. Shit. What the fuck? Was ist das bitte? Scheiße, man. Ich nerve euch hiermit, dass ich die ganze Zeit faile. Das tut mir voll leid. Aber ich weiß einfach nicht. Das ist so schwer. Okay, der steht auf jeden Fall sofort auf, der Typ. Das wissen wir schon mal. Fuck. Richtig, fuck. Die machen auch so viel Damage, Alter, ne? Ohne Scheiß. Also, die sind echt stark, die Typen hier. Yo, dropp mal einfach Punkte. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte lieber... Ich hätte lieber wieder Energie gehabt. Okay, jetzt schnappen wir uns den jetzt wieder. Gut, auf jeden Fall. Klar ist, wir müssen erst zu dem Haus da oben. Ohne Wenn und Aber. Das ist einfach viel, viel besser da oben. Nur den einen Typen da. Der steht schon irgendwie... Ey, du habt auch gar nichts. Ey, die Runde ist ja gerade richtig scheiße. Soll ich am liebsten mit Abschied noch mal sterben jetzt, ey. Aber ein Schuss ist auch nicht gerade hier. Highlight mit Tüten. Ja gut, Energie, okay. Okay. Ist gut, aber... Das letzte Mal hatten wir Energie und Munition, Alter. Das war natürlich die Jackpot-Runde. Die haben wir jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr zu erwarten. Shit. Ich hoffe, im Haus wird es besser. So, wo ist der Typ? Es... Dahil... Ja, was machst du? Okay, er läuft nach links. Verstecken uns wieder hier. Und warten nett und freundlich. Ey, Freunde, es tut mir... Also an alle, die zuschauen, es tut mir echt leid, ja. Es tut mir wirklich leid, wenn ich hier wirklich so zwischendurch extrem abfälle. Aber das ist so schwer. Das ist wirklich schwer. Ohne Scheiß. Da hätte man für die erste Runde vielleicht doch mal wirklich leicht nehmen sollen. Das ist echt nicht einfach hier. Ohne Witz. Und er droppt jetzt einfach mal gar nichts, der Typ. Er droppt jetzt einfach mal gar nichts. Er erlaubt es sich. Was kämpft bei dem Schiff? Oh Mann, Scheiße, ey. Komm, die alte Fackeln wir mal ab. In der Hoffnung, dass sie jetzt einfach mal was droppt, ja. Nein, tut es natürlich nicht. War ja klar. Scheiße, Mann. Richtig Scheiße. Ah, ja, die Bombe. Oh, hier hätte ich jetzt fast vergessen, ohne Scheiß. Da hinten liegt dieser Scheiß-Typ, ne. Mit seinen Sicheln, ey. Dem ich auch absolut mal gar nicht über den Weg laufen will. Okay, das haben wir. Sechs Schuss. Munition voll. Kartenfragment. Okay. Das sieht doch jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Energie ist auch ganz gut, ja. Den fackel ich jetzt mal ab. In der Hoffnung, dass er ihm vielleicht im Nachhinein noch was droppt. Obwohl er tot ist. Natürlich nicht. Scheiße. Da ist nichts drin, ne. Ah, da ist wieder so Dinger drin, ne. Okay. So, sechs Schuss. Theoretisch. Theoretisch. Könnten wir es jetzt versuchen, um an diese Schleimmasse da zu kommen? Ah, der wackelt auch schon so, ne. Der Wichser lebt. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Zwei Headis. Und da hatten wir ihn. Was haben wir da? Einen Schlüssel. Okay. Die Frage ist nur, wozu? Oder wohin? Wir haben nur noch ein Streichholz. Das gebe ich jetzt nicht für den aus. Das bewahren wir auf. Das bewahren wir aber sowas von 100 pro auf. Okay. Wartet mal. Dann werde ich jetzt mal die Waffe nachladen. Dann können wir die Kugel noch mitnehmen. Okay. 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 Gut. Okay, okay. Sieht ja einigermaßen aus jetzt, ja. Einigermaßen zumindest. Einigermaßen. Okay. Hier erstmal rein. Bombe entschärfen. Bombe entschärfen. Bombe entschärfen. Bombe entschärfen. Bombe. Wieso kann ich die scheiß Bombe nicht entschärfen? Ach, das Ding ist auf der anderen Seite. Genau, so war es. Okay. So. Den erstmal in Ruhe lassen. Wir gehen erstmal hier lang. Kurz einmal Licht. Okay. Genau. Hier war doch Sachen einzusammeln. Spritze. Ja, Mann. Sehr geil. Wir kriegen die Energie. Oder würden sie jetzt... Pass auf, das machen wir schnell. Komm. Bam. Volle Energie. Volle Energie, Alter. Warte mal. Flasche nehmen wir mit. Gleich müssen wir mal grafikmäßig... Bärenfalle. Okay. Vielleicht müssen wir mal eine Runde grafikmäßig... Third-Person-Sheet hier. Und zwar, indem wir... Und zwar, indem wir... Durch die Grafik durchs Fenster gucken können. Um zu gucken, ob der Penner da ist. Da ist er. Da ist er. Aber wir kommen weiter, ja. Ja. Okay, er geht weg. Da haben wir ihn erwischt. Sehr geil. Nein. Der wird nicht abgefackelt. So. Jetzt ist ja eigentlich wirklich nur noch die Frage... Wie... Bei dem anderen machen. Ich hab da vielleicht eine kleine Idee. Von hier aus ist der Weg zu lang, hat man das Gefühl. Vielleicht geht es ja von hier drin aus besser. Okay, und jetzt los. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Sehr gut. Was droppt er? Nix. Er droppt einfach nix. Und die zwei... Abfackeln. Sehr gut. Genau das, was ich wollte, hat funktioniert. Die zwei abzufackeln. Denn jetzt können wir das Tor hochmachen... Ohne, dass die Spinne auftauchen. Alter. Shinji, Mikami, was hast du mit uns gemacht? Ups. Tor ist wieder runtergefallen. Kontrollpunkt. Sehr schön. Sehr. 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 Sehr, 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 sehr schön. So. Ein Lagerfeuer. Ich sehe da jetzt nichts rumliegen. Frage ist natürlich wieder nur, wo lang? Da ist ein großes Feuer. Ich mache mal die Lampe an, denn ich höre auch gerade niemanden. Okay. Okay. Was war da? Da ist ein... Da ist ein Kartenteil. Fragment 3. Fragment 3. Kann ich das kaputt machen? Okay. Da haben wir noch so eine... Teile bekommen. Okay, so eine Teile nehmen wir natürlich gern. Oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Aber sowas von gar nicht. Futtert man ruhig eine Runde. Guten Appetit übrigens. Da kommen wir nicht dann durch. Dann vorbei. Okay. Nein. Fuck. Alter. Ich lasse mich jetzt wirklich umbringen, ja? Äh. Alter. Aus dem einfachen Grund. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Das sah ganz gut aus am Kontrollpunkt. Alles macht der alte Schwede. Was für ein freakiges Game. Hammerhart, Alter. Hammerhart. Ich weiß echt nicht, was ich über das Spiel sagen soll. Außer richtig krass gestört. Da ist die Hütte. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Um wieder... Oh, shit, ich bin vorbeigelaufen. An der Tür. Um wieder die Energie einzusammeln und so. Klar, wenn ja blöd, dann was nicht machen. Kartenteil. Dann treten wir nochmal die Sachen hier kaputt. Punkte. So, Lampe aus. Da sind die also am Mampfen. Okay, wir müssen auf jeden Fall unten bleiben. Aber wie kommen wir dann da dran vorbei? Wahrscheinlich geht das nur über... Eben großen Bogen drumherum. Ja gut, aber es könnte auch schwierig werden, denn da ist eine Mauer. Hier ist ein Abgrund. Gut, vielleicht... Ne, hier geht das nicht mehr weiter. Ich will die da nicht stören, Alter. Die sollen mich bloß in Ruhe lassen. Das sind einfach zu viele. Also... Ich will... Ich bin ... Und jetzt... Kann ich hier weg über die Mauer klittern? Nee. Ey, wo lang? What the fuck, wo lang? Warte mal, wir haben noch eine Karte eingesammelt, oder? Archive, Tagebuch, November, nein. Karsation, Fragment, Teil 2, Teil 3, ja super, das ist auch so, Teil 1 haben wir irgendwo vergessen. So, jetzt sind wir hier hinter der Mauer. Da futtern die alle. Da würde ich gerne lang irgendwo. Ah, da futtert auch Diageiner. Okay, aber den könnten wir vielleicht unter Umständen... Shit, man sieht einfach gar nichts gerade. Den könnten wir vielleicht unter Umständen leise killen. Ohne dass die anderen Mampfen dem was mitbekommen. Und dadurch hätten wir einen freien Weg. Ob das klappt, werden wir gleich sehen. Was, nein, scheiße. Das hat auf jeden Fall nicht ganz so geklappt, wie ich mir vorgestellt hatte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die kommen doch hinterher, Mann, lauf! Okay, komm los, komm, bitte, bitte. Mach schon, mach schon. Der Stürzer von einem Problem ist nächstes, Alter. Freunde, ihr habt es im letzten Versuch, ja, muss ich sagen. Habt ihr es gesehen? Wie es wirklich, glaube ich, am besten klappt. Alter, wir haben dafür eine Stunde gebraucht. Scheiße. Wie es am besten klappt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die beste Methode ist. Wahrscheinlich könnt ihr es besser als ich. Gut möglich. Aber ich habe es so geschafft. Und, Freunde, ich werde die Session jetzt hier beenden. Alter, ich werde nachher noch weiterspielen. Ich werde noch eine Session aufnehmen. Aber das ist ja unnormal. Das ist ja richtig gestört. Und, Freunde, ich verabschiede mich aus dieser Session hier von The Evil Within. Euer Jardy. Und hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge, also in der nächsten Aufnahmesession von diesem Spiel. Also haut rein. Aufnahm. 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 Aufnahm.